aber es ist schon die große karte oder naja mit dem steg hier da müssen wir hin hier sind wir bist du blind hey alle zusammen ich habe mir gedacht ich bin mal wieder ein bisschen sie auf heaps seit gefühl zwei jahren mal wieder und mit mir dabei ist der liebe line chiefs der mit mir das spiel zuletzt in der beta gespielt hat es ist ziemlich lange her es hat sich viel getan und deswegen sind ziemlich lustige aktionen dabei rausgekommen wundert euch nicht ich bin ein bisschen erkältet deswegen hört sich so an als könnte ich nicht ordentlich sprechen weil ich zu blöd dafür bin und außerdem könnt ihr natürlich gerne das video liken mich abonnieren und gerne einen kommentar da lassen na dann viel spaß ich schmücke schon mal das schiff also vorne kommt ein einhorn hin ganz klar dann machen wir ihn ohne zahn wie ist das ohne zahn vorne aufs beste auf das schiff das ist ja viel ist eigentlich jemals auf der neuen xbox gespielt nähe oder tatsächlich schon ja echt ja aber nicht lange monzen hallo schiff habe ich schon also wir sollten diese vorräte dann hast du zuletzt gespielt also was weißt du was neu ist was für dich das war lange her also dass man fischen mit kochen dass du jetzt zu kleine haustiere hast dann die hat prunen kann ohne was es gibt am schiff da du kannst du schiff machst zerstören wird so nennen sich die doppelkanonen kanonenkugel die an ketten mit ketten ja mehr weiß ich jetzt eben nicht hier einmal eine kiste obstkiste ja warum nicht ja ein bisschen bisschen vorrat müssen wir noch irgendwas holen wahrscheinlich einiges ich habe so lange nicht mehr geschickt kannst du ein paar kisten leer machen ich würde einfach schon mal einfach so eine ganz standardmäßige ähm ja goldschuh goldsuche annehmen wenn wir das hinkriegen ja ich hoffe so ich habe ein bisschen was geholt ähm okay wir sollten vielleicht für eine fahrt abstimmen bevor wir einfach ins blaue segeln äh okay ich dachte wir segeln einfach zu uns glaube ich dachte wir segeln einfach zu uns glaube es ist noch mal mit dem das hast du den anker gesetzt ja falls wir dass wir nicht gehen kann sechs schutzkarten oh mein gott das wasser sieht so gut aus das ist so schön das ist dann letzten gleich reinspringen geht weiter ist gut ich komme mit dem ich bin mir gefreundet ja bitte mich rüberschießen ich kann sie selber rüberschießen ach ja stimmt das geht ja auch tschüss oh ok das war ein bisschen ich pack so lange das schiff ja das könnte hier sein aber das stimmt doch nicht ich höre irgendwas bei mir was ist das ja da glitzert was auf dem wasser ist das eine mehrungfrau ich weiß es nicht die musik ist so creepy könnte eine mehrungfrau sein ja da ist so eine statue auf jeden fall ja es ist die frage welche farbe ist das grün weil ich kriege damage wieso kriege ich damage weil du damage kriegst das ist so man muss sich kaputt schlagen auf jeden fall eine kann man alleine kaputt machen bei einer braucht man zwei und bei einer braucht man drei leute ist gleich unter uns hast du noch schüsse oder so ja ich habe noch schüsse vier strecken dann das von hier aus drauf schießen wenn du keine schüsse mehr hast müssen wir schlagen ok ok ja cool ja cool ja nice wir gibt glaube ich 2000 stein weiß ich weiß die von den farben her weiß ich das nicht mehr ganz genau 2000 so dann wollen wir das unterschiedlich machen willst du dass die bildmission macht es ist unten links die mit der großen insel ja das ist die hier bist du dem oder wisse text nicht macht die bildmission also das ist eine sehr gleich hier ja wir haben ein bisschen spaß hier was ist das was ist das alles klar hallo was ist denn das alter hilfe die munition nein alle mussten munition oder hat Jetzt bin ich tot. Nein. Guck mal. So, wo waren wir? Ich muss was essen. Nee, das ist kein Kauf. Da. Ich brauche was zum Essen. Ich brauche was zum Essen. Am Ende des Piers. Wie kann ich denn... Ja, ich hier, oder? Oh, hier gibt es ganz viel Geld. Geld einsammeln, Geld einsammeln, Geld einsammeln. Wie kann ich denn... Oh. Wie kann ich denn auf mein Ding zugreifen? Auf mein Essen? Ja, oben ist das. Also LB und dann... Ah, hier. Okay, okay. Hier ist auf jeden Fall... Das weiß ich. Hier. Ah, hier ist auch irgendwo. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. So, nochmal. Äh. Den Süden. So. Hier sind die Bücher. Kompass. Süden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schaufel. Perfekt. Perfekt. Das war mir was für klar. Ich bin immer nicht mehr. Alle neune. So. Das ist eine Lagerkiste ja, ne? Schatztor, Lagerkiste. Whatever. Hier, bei uns. Ja, ich weiß. Aber ich komme ja nie dazu, vom Schiff wegzukommen, so richtig. Ein paar Meter und dann ist schon wieder vorbei. Man hat hier echt keine Ruhe, ne? Das heißt, ein gutes Gegenspiel, ich glaube mal. Oh, oh, oh. Okay, ich lebe jetzt zum Hai. Oder auch nicht. Nicht. Nein, 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 nein. Warum kommen hier die ganzen drei Geister? Oh, fuck. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Oh mein Gott. Ich bin sowas von tot. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Wo ist die Insel? Nein. Alles okay. Hey, da ist gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe so ein Problem. Oh, das sind Haie. Okay. Ich bin da. Nein. Boah, was? Wo ist er? Das sind zwei. Ja, einer ist tot, der andere ist auch tot. Ich bin zu spät, aber kann ich dich holen? Dass ich dich holen kann. Oh, das ist ein Captain. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe keine Moni mehr. Ich habe daneben geschossen. Das ist auch nicht gut. Mobbing-Kreis, Mobbing-Kreis. Mobbing-Kreis, okay. Äh. Achtung, Sprengfonds, ich habe keine Moni. Wurfs. Hilfe. Äh. Achtung. Wer kommt zu dir? Äh, 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 Wurfgeschosse. Nein, nicht die Karte. Wurfgeschosse? Wir müssen genau. Oh, okay. So. Ich komme gerade zu nix gefühls. ja und ich komme mit der karte nicht zurecht weil dann müsste ich da zurück zum steg weil von da aus müsste ich mich dann orientieren aber sie schon die große karte oder mit dem steg hier da müssen wir hin hier sind wir bist du blind ja dann müsste hier eigentlich müsste dir eigentlich sein ist ja gut da müsste links davon schützen ich bin grad voll verwirrt ich weiß es nicht die gleiche karte nicht die gleiche karte nee sie da fast so was war das passt eigentlich ich brauche schluck zum trinken direkt vor dir das meine katze mina nämlich auch immer beim spielen unterstützt ich sehe sie aber nicht wenn ich sie in der hand habe oder war sie nicht in der hand kann ich mich nicht bewegen weil du am segel bist gib mir doch mal dein kätzchen ich glaube die muss ein bisschen baden nein geht das überhaupt immer mal so kann ich mit dir schön gehen ich glaube die karte ist da noch extra ab oder was wo ist sie hin ich habe sie nicht mehr in der hand Ist er soffn? Ne, da ist sie wieder. Sie ist bei mir und du? Oh wow, okay. Oh fuck, Insel, 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 Insel. Man hat so richtig im Wasser gesehen, wie die Katze so richtig nach oben wollte, das war echt gemangrafft. Und Acker setzen. Oh, das wird zu spät, das wird zu spät, das wird zu spät. Mit der, oh du mit deinem, oh Gott, geht das wieder los. So. Aber da hinten ist auch noch eine. Boah, Alter. Ich geh mal weiter. Ja, lol. Ich pass. Okay. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, nein. Ich geh mal weg, das sind 10.000 Skelette. Oh, ich bin fast tot, ich brenne, ich bin gleich tot. Ich muss sagen, das sieht von dir aus sehr lustig aus. Hilfe. Hm. Nee, ich hab eigentlich noch was. Ich mach mir grad eher Sorgen um unser Schiff, nee, es steht da noch. Genau, hier ist nämlich ein Grab. Soll ich kurz gucken? Ach, nein, Mission, da. Ist das nicht mehr weit, geh sechs Schritte gen Süd, Süd, West. Sechs Schritte Süd, Süd, West. Also hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schaufel. Nö. Stand ich nicht richtig dran? Ops. Nein. Lol. Los. Oh, und Skelette sind auch noch da. Ähm. Ich fahr. Ich fahr. Ich geister. Alter, was ist denn hier immer los? Ja, ist doch lustig. Juhu. Boah, ich hab nix zum Essen und ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Diese verdammten Geister. Den hast du schön. Ja, okay. Ich hab ein Gast, ja. Ein Gast ist da noch. Ja, da ist noch einer. Hinter dir. Alter. So, okay. Alles klar. Gut, das ist wieder ne Schatzkiste. Also ne richtige Schatzkiste. Ich nehme mal deine Katze. Danke, tschüss. Du kannst auch mithelfen ausbuddeln. Aber gut. Da hinten, da hinten ist ein großes Schiff. Wir sollten abdüsen. Let's go. Komm. Ich lass die Katze zurück. Schnell. Katzenfrauen zuerst. Au. Au. Lass mich zurück. Was bietet denn Ehemann die Seele? Ah, Pferden. Okay. Nein, nicht die Pflanzen. Anker. Warte. Warte. Das Segel muss hoch. Schön. Ah. Hilfe. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg. Ich brauche ein bisschen. Let's go. Äh, ne Wind ist okay. Segel runter. Und Schuss. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.